Herzlich Willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar heute zu dem Thema Drückjagdvorbereitung und Unterstützung durch eine Wärmebilddrohne. Was muss man beachten, wo kann die Wärmebilddrohne helfen und ist es überhaupt noch weitgerecht so eine Drohne einzusetzen, das seht ihr in diesem Video. Willkommen zurück zu diesem Video und heute geht es um das Thema Drückjagd. Denn die Drückjagd-Saison steht vor der Tür und wie kann man so eine Wärmebilddrohne nutzen. Wir haben ja schon sehr sehr viele Videos zum Thema Drückjagdunterstützung mit einer Wärmebilddrohne gemacht und dafür auch sehr sehr viel Shitstorm geerntet, muss man wirklich sagen. Aber wir werden das dieses Jahr ein bisschen anders aufziehen und ich sage euch warum. Wir werden euch mehr hinter die Kulissen mitnehmen, damit ihr einfach erfahrt, warum wir das Ganze machen und warum eine Drohne dafür sinnvoll sein kann. Ja das ist einfach ein Thema, das viele noch nicht auf dem Schirm haben, dass das hier nicht dazu dient, also die Drohne dient nicht dazu mehr Beute zu machen, sondern die Drohne dient dazu uns zu helfen bei der Drückjagdorganisation und sogar die Jagd weitgerechter zu gestalten, indem wir mehr Informationen durch so eine Wärmebilddrohne sammeln. Was sind die wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um eine Drückjagd mit einer Drohne begleiten zu können? Man braucht zuallererst mal eine Drohne und die muss eine hochauflösende Wärmebildkamera sowie eine hochauflösende Normalbildkamera mit integrierter Zoom-Funktion haben. Wir blenden euch jetzt mal ein, wie hochauflösend der Zoom der DJI Mavic 3 Thermal ist und dann seht ihr einfach mal, wie das Bild unten aussieht. Der Hintergrund ist der, wir finden eine Wärmequelle mit der Drohne und können von oben quasi ranzoomen und diese Wärmequelle ansprechen, ohne Unruhe zu machen. Denn wir wollen eins vermeiden, Unruhe im Revier und genau aus diesem Grund nutzen wir eine Wärmebilddrohne für diesen Bereich. Wir wollen dadurch nicht mehr Beute machen und auch keine Hunde ersetzen oder sonst was, sondern wir wollen wirklich hingehen und die Jagd nachhaltiger gestalten und das ist tatsächlich möglich. Ich erkläre euch auch warum. Die Basics, hochauflösende Wärmebildkamera, Normalbildkamera mit integrierter Zoom-Funktion und die entsprechende Flughöhe von maximal 120 Meter in Deutschland, aber Minimum 80 bis 100 Meter, damit wir einfach kein Wild verschrecken. Also das ist ein Tipp von mir, fliegt in 80 bis 100 Metern und immer nach 8 Uhr morgens, denn das Wild wechselt bis um 8, 9 Uhr circa und wenn man in der hohen Höhe gegen den Wind unterwegs ist, dann kriegt das Wild davon nichts mit. Warum sollte man jetzt eine Wärmebilddrohne überhaupt dafür nutzen, ist das überhaupt noch weitgerecht, sowas einzusetzen? Ich stelle eine Gegenfrage. Ist es denn weitgerecht, bei den Rottenstrukturen, die wir in vielen Revieren mittlerweile vorfinden, die Hunde in eine Dickung zu schicken, wo eventuell gestreifte Frischlinge drin sind oder wo wir gar keine Ahnung haben, was drin ist, ist es weitgerechter, den Hund irgendwo reinzuschicken bzw. in Gebieten Unruhe zu machen, wo sich Wild aufhält, das gar nicht bejagt werden soll? Zum Beispiel Muffelwild oder Rotwild, wenn es eigentlich auf das Thema Sauen geht? Oder ist es überhaupt weitgerecht, dort zu jagen, wo man gar nicht weiß, ob sich jagdbare Sauen auffalten oder eventuell kleine gestreifte Frischlinge? Es ist nämlich so, dass durch das Rauschchaos, das meistens durch die Jagd verursacht wird, kleine gestreifte Frischlinge auch zur Drückjagd-Saison auftauchen. Wenn man aber vorher eine Wildzählung durchführt, wie wir das im Revier machen, mindestens dreimal im Jahr und seinen Wildbestand durch Kameras, Ansitz oder auch durch Revierrunden einfach kennenlernt, dann weiß man, was Sache ist. Ich war jetzt unterwegs und habe mir vor der Drückjagd, die im Dezember stattfindet, nämlich die Copta Pro Drückjagd des Jahres, wo wir euch auch natürlich nochmal mitnehmen, habe ich mir einen Überblick verschafft im Revier, was so los ist und ob wir überhaupt gute Sauen, also jagbare Sauen da haben. Natürlich habe ich durch die Wildzählung keine gestreiften Frischlinge usw. gesehen. Ich wollte mich aber einfach nochmal versichern und ich zeige euch mal, wie gut man mit der Drohne, ohne das Bild zu beunruhigen, von oben ranzoomen kann und sehen kann, wie das Ganze aussieht. Das blenden wir euch gerne mal ein und dann seht ihr, dass man ja wirklich jagbare Sauen auch ansprechen kann und wo die zum Beispiel liegen, das war bei uns in den Schwarzdorn und da haben wir Frischlinge, also ich sage jetzt mal jagbare Frischlinge von 20 bis 35 Kilo ungefähr, die für die Drückjagd-Saison ideal sind und auch verwertet werden können, weil das ist der Hauptpunkt der Jagd. Wir wollen ja nachhaltig jagen und unser Fleisch auch verwerten, also bringt es uns nichts, nur aus Wildschadensverhütungsgründen kleine Gestreifte zu schießen. Das wollen wir nicht, abgesehen davon ist es nicht tierschutzgerecht meiner Meinung nach. Deswegen, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das Ganze aussieht in den verschiedenen Beständen und wie gut man die Sauen da ansprechen kann vom Gewicht und auch von der Rottenstruktur und dementsprechend haben wir uns, wie gesagt, dazu entschlossen, eine 50 Kilo Gewichtsbeschränkung zu machen bei uns auf der Jagd, denn die meisten Bachen bei uns haben eben so um die 50 Kilo und dann vermeiden wir eben die Gefahr, beziehungsweise wir vermeiden einfach, dass die Bachen von der Rotte getrennt werden und als Überläuferbacher angesprochen werden, was mit 50 Kilo auch mal passieren kann und dann liegt eine führende Bache auf der Strecke, die ist vielleicht nicht mehr zur Aufzucht benötigt, aber sie ist trotzdem noch führend und dann laufen die ganzen Trupps da rum, nämlich die Überläuferbanden, die uns die Wiesen auf den Kopf stellen, weil sie gar keine Ahnung mehr haben, was überhaupt Gefahr ist. Und das sind genau die Rotten, die ja auch nach dem ersten Schuss, nach dem zweiten Schuss das gar nicht mit Gefahr identifizieren und immer wieder auf der Wiese sind, bis die Rotte irgendwann nicht mehr existiert. Eine führende Bache, beziehungsweise eine Bache, die in der Rotte die Führung angibt, eine Leitbache, wie auch immer, die gibt vor, ob dort Gefahr ist oder nicht und überträgt das an die anderen. Und so können wir eben die Rottenstruktur schützen und das geht eben auch durch eine Drohne. Es geht nicht darum, mehr Beute zu machen, ich will es noch mal betonen, es geht auch nicht darum, den Hund zu ersetzen, es geht einfach nur darum, dass man von oben sieht, lohnt sich eine Jagd oder lohnt sie sich eben nicht. Bei den großen Jagden, die viel Organisation brauchen, ist es natürlich extrem wichtig, dass man vorher den Wildbestand checkt, bevor man eine Jagd organisiert mit Hotels, mit Schüsseltreiben und so weiter. Dann sollte man sich auch sicher sein, dass Sauen da sind. Weil wie viele Jagden kennt ihr denn tatsächlich, wo ein riesen Tamtam gemacht wird und am Ende liegt eine Sau auf der Strecke und das auch noch eine Bache. Also dann sollte man besser gar nicht jagen. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Jahr auch nur ein Drückjagdwochenende mit zwei Drückjagdtagen zu machen, anstatt mehrere Drückjagden, um dem Wild einfach mehr Ruhe zu gewähren und um dem Wild einfach, ja ich sag jetzt mal, noch mal die Möglichkeit zu geben, den Wildbestand ja aufzubauen. Denn die letzten Jahre waren es meistens so zwei bis drei Frischlinge, die die Bachen dabei hatten. Dieses Jahr waren es wieder sechs bis acht. Das heißt, viele schieben das natürlich auf die Wärmebildtechnik. Es war aber ein nasses Frühjahr letztes Jahr, es war ein trockener Sommer und es war keine Mast. Und das muss man einfach sagen, das hat natürlich auch den Wildbestand nach unten gedrückt. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Technik da nicht irgendwo, ja, ihre, wie soll ich sagen, ihren negativen Aspekt mit reingebracht hat, aber das liegt an euch, nicht an dem Werkzeug. Ich muss trotz Wärmebildvorsatz oder trotz Drohne nicht jeden Abend rausgehen und alles totschießen, was bei 300 auf dem Baum ist. Ich kann trotz Technik weitgerecht jagen und ich muss auch nicht an jede Kirung gehen, nur weil ich ein Bild von der Kamera bekommen habe, dass da jetzt die Sauen sind. Das müsst ihr einfach für euch wissen. Ihr seid die Person, die entscheidet, ob ihr weitgerecht jagt oder nicht. Ich kann euch nur sagen, wir als Händler haben die Verantwortung, euch das weiterzugeben, denn ich kann natürlich sagen, ja, wir verkaufen nur Drohnen für die Kidsrettung, wie viele andere Händler das machen, aber das wäre einfach nicht korrekt. Dann kaufst du zum Beispiel eine Drohne für die Kidsrettung, würdest sie aber gerne auch noch für Mais oder für Drückjagd einsetzen, weißt aber gar nicht, wie es funktionieren soll. Also kann es passieren, dass du sie falsch einsetzt, ohne dass du sie überhaupt willst. Wir können euch die Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr trotz Drohne weitgerecht jagen könnt, ob ihr es dann durchführt oder nicht. Das liegt wiederum an euch. Also, wir wollen aber trotzdem, ja, die Verantwortung bei uns halten, euch die Tipps mit auf den Weg geben, das ist ganz wichtig. Deswegen stehen wir dazu, wir nehmen da kein Blatt mehr vor den Mund. Wir ernten zwar viel Shitstorm, auch unter unseren Drückjagd-Videos, aber mal ganz ehrlich, wir stehen dazu und wenn wir dazu stehen, dann müssen wir euch auch die richtigen Tipps mit auf den Weg geben. Wir verstecken uns nicht hinter dem Wort Kidsrettung, Kidsrettung, Kidsrettung. Wir sind aktive Jäger, wir sind aktive Kidsretter, wir fliegen über 1000 Stunden mit den Drohnen, aber ganz ehrlich, wir jagen auch mit den Drohnen. Und wenn wir es machen, dann weitgerecht. Und wie das weitgerecht geht, das erklären wir euch eben hier. Nur, dass ihr das einfach mal gehört habt, wir verstecken uns nicht einfach nur hinter dem Namen Kidsrettung, wie viele andere Händler das machen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich kann nachts ruhig schlafen und unser Team auch. Und wenn ihr das mit Sinn und Verstand einsetzt, zu der Wildzählung oder um anzusprechen, ob jagbare Sauen da sind. Oder der dritte Punkt, den will ich auch noch ansprechen. Anstatt jedes Wochenende zu jagen, auf gut Glück, einfach mal den Wildbestand zu checken, quasi am Wochenende vielleicht zu fliegen, zu sehen, ob jagbare Sauen dort sind oder nicht. Dann zu jagen, also quasi die kleinen Drückjagden abzuwägen, Informationen durch die Drohne zu sammeln, um zu sehen, ob sich eine Jagd überhaupt lohnt oder ob man nur anderes Wild durch die Gegend scheucht. Oder zum Beispiel zum Abchecken, ob sich eine Jagd an der Straße lohnt, weil da sind die Hunde extrem in Gefahr. Ja, das können wir alles durch eine Drohne machen. Und wenn ihr das so einsetzt, dann ist das weit gerecht. Egal, was euch andere sagen, weil meistens sind es auch die, die dagegen wettern, die Wärmebildgeräte, Handgeräte oder Vorsatzgeräte einsetzen. Und ganz ehrlich, und wie gesagt, ich nehme da kein Blatt mal vor den Mund, und wenn viele, die entweder hier zuschauen oder auch andere, mit der Handwerbebildkamera in den Bestand schauen könnten, würden sie es tun und würden auch eine Drückjagd danach durchführen. Nur weil sie es nicht können, weil die Handwerbebildkamera, da ist irgendwann Schluss, dann heißt das nicht, dass sie es nicht machen würden, wenn die Möglichkeit bestünde. Also, das muss man einfach mal so Revue passieren lassen. Es geht trotz moderner Technik weit gerecht zu jagen, beherrscht einfach die Basics, macht nicht zu viel Unruhe im Revier, wägt ab, ob sich eine Jagd lohnt, ob sie sich nicht lohnt, nutzt es sinnvoll, schützt eure Hunde damit, und dann ist auch eine Jagd, trotz moderner Technik, eine weit gerechte und super Sache. Ich würde sogar sagen, dass es noch weit gerechter ist. Dazu verlinken wir euch auch gerne mal nochmal ein Video, nämlich zum Thema Maisjagd, wo wir eine Maisjagd nicht durchgeführt haben, eben durch die Informationen der Drohne. Verlinken wir euch gerne hier. Und jetzt zeigen wir euch nochmal ein paar Aufnahmen, wie das aus der Luft aussieht, denn wir fliegen in 80 bis 100 Metern, die Sauen kriegen nichts mit und wir können die Rottenstruktur einwandfrei ansprechen. Was ist die Bache? Was für Frischlinge haben wir? Und diese Informationen werden dann an der Drückjagd den Schützen und Hundeführern weitergegeben und man kann dann eben entscheiden, wo man jagt und ob sich eine Jagd lohnt. Bei großen Drückjagden sollte man aber die Wildzählung beziehungsweise die Bestandsanalyse über das Jahr machen. Dann weiß man, ob sich der Aufwand für diese Jagden überhaupt lohnt. Und jetzt blenden wir euch das Ganze mal ein. So, ich hoffe die Aufnahmen haben euch gefallen und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ich denke, wir nehmen euch dieses Jahr noch oft mit auf Drückjagd, die auch von der Drohne unterstützt wird. Wir lassen uns nicht unterkriegen von vielen und bedanken uns bei allen, die das genauso sehen und für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so sehen. Es wird noch ein Projekt folgen, das euch vielleicht auch zum Umdenken bringt. Wir wollen hier keinen beeinflussen. Hut ab an jeden Jäger, der komplett ohne Technik jagt. Finde ich geil. Ist eine geile Geschichte. Aber die Leute, die die Technik einsetzen, denkt immer daran, es ist nicht die Technik, sondern es seid ihr. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Weidmannsheil. Euer Alex von Kopterpro.